Unreal Engine Amica Games Warnung 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 Da steht immer ein Fenster From day to day Also von Tag zu Tag Wir bestreiten unseren Alltag, ne? Ich glaube das ist so ein Einfach so ein alltägliches So ein alltägliches Ding Äh Language Ich mach mal hier Hab ich jetzt? Okay From day to day Okay Ich mach mal direkt Fütütüt Fütütüt Die from day to day Demo Ähm Leider Ich glaube das Spiel wird Vorerst nicht mehr fertiggestellt werden Es ist Das Nachfolgespiel von Summer of 58 85 Summer of 58 War es glaube ich, ne? Ähm Wo der Entwickler Das war Es ist halt so doof Ähm Der Entwickler macht immer kurze Horrorspiele Ne? Die sind immer ähm Die sind immer relativ kurz Gehen unter zwei Stunden Kann man also schnell mal spielen Oh, da hinten Das ist noch oben am Fenster hier Die blinkert da so lustig Guck mal die wackelt so rum Das ist ja süß Ich hab mich jetzt schon erschrocken Ich bin im Menü Ich bin im Menü Verdammt Ähm Okay Ich mach mal ein bisschen leiser bei mir, ne? Bei euch nicht Nur bei mir Ähm Jedenfalls Genau Und der Entwickler macht so Horrorspiele Die sind ziemlich cool eigentlich Aber die sind halt unter zwei Stunden Und Leute Haben das Spiel gekauft Gespielt Gute Rezensionen hinterlassen Und dann zurückgegeben Und die Spiele sind halt echt billig Also die kosten Die kosten fast nichts Weißt du? Für zwei Euro oder so Keine Ahnung was die kosten Und das ist halt in so einer Masse passiert In so einer Masse Dass der Entwickler extrem frustriert war Ja? Hat sich dann darüber ausgekotzt Verständlicherweise Und hat dann gesagt Ähm Hat dann auch gesagt So hier bla 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 Und äh Ich weiß noch nicht wie ich weitermache Ich weiß nicht ob ich überhaupt noch weitermachen will Ich bin einfach so enttäuscht Und so weiter Ähm Und dann haben Leute angefangen Dann haben Leute angefangen Die Spiele zu kaufen Extra deswegen Um ihn zu unterstützen Und dann kamen wieder Leute Die gesagt haben Äh das ist nur ein PR-Stunt Watt für ein Hurensohn Blablabla Das macht ja nur wenn Leute das Spiel kaufen Alter Ich hasse Menschen Ne? Ich hasse Menschen Oh Es ist so richtig ekelhaft Und das hat dann dazu geführt Dass der Typ einfach gar nicht mehr weiß Ob man noch ein Spiel entwickeln will Weil Für wen? Weißt du? Ja und deswegen Kauft gerne seine Spiele Das hier ist kostenlos From day to day Ist die Demo Die ist kostenlos Die anderen Dinger kosten aber 2 Euro oder so Ja Nur mal so Nur mal so nebenbei So New game Ich wollte es kurz loswerden Das ist der Horror der Realwelt Menschen sind der wahre Horror So Jetzt aber erstmal hier rein So Oh gut Ein schöner Tag Die Sonne scheint Da kann nichts passieren Wir erholen uns gerade noch von den Strapazen vom letzten Spiel Von Summer 58 Und wir drücken Tab Um mal eben schnell In unser Tagebuch zu gucken Ja gut Ehrlich gesagt Ich sehe da Ich kann nicht drin lesen Aber Wir müssen einen Weg finden Um ins Haus zu kommen Und dazu nehme ich erstmal die Taschenlampe mit Dazu nehme ich erstmal So Ich bin gerade erst angekommen Ich glaube ich brauche die Die guten alten russischen Taschenlampen Ein Traum So mit F können wir die anschalten Aber ich schaue mich erstmal ein bisschen um hier Smooth Was ist das hier? Leiterflut Okay, okay, okay Mit dem Leiterflut kann man äh Hoch und runter klettern Verstehst du? Leiter Okay, äh Die Tür Old Key Aber ich wollte die Tür aufmachen Ich wollte Ich hab ein Old Key gefunden Hier riecht es überall nach Fliegen Okay, warte mal hier, komm mal Kann man noch irgendwas machen? Okay, ah, so kann ich auch ein bisschen schneller rennen Okay Wir gehen halt sehr langsam, ne? Ich bin sehr bedächtig beim Gehen offenbar Kniebeugen kann ich auch machen, sehr gut Ähm, und hier geht's rein Da ist noch ne Crowbar May help me in the future Okay, und so wähle ich das aus Okay, okay, okay Nusch mal gucken So Das ist ja sehr schön hier Oh Content not available Nein, das ist ne Demo Nein, ich will die Vollversion Okay, ich weiß, wer da reinkommen Man ahnt es bereits, aber ich guck mich trotzdem erstmal um Ist abgeschlossen Hier ist Amazon Hat wieder geliefert Kann mal gucken Quantity 10 Da sind 10 Stück drin von Katalog Katalog Description 8G10FJX Ich frage mich, ob man den Code googlen kann und irgendwas findet Weil der Aufkleber, da kommt ja vielleicht irgendwo her Weißt, was ich meine? Das ist so lieb, dass, dass die, äh, Bewohner mir das hier hingeschrieben haben Äh, pick up an item, open the door with the key, middle mouse, E, focus lock, V, Leiter Das ist wichtig Left Shift Run Left Control Okay Ah, ich hab noch gar kein Feuerzeug Okay Lass mich raten Not available Ich will die Vollversion Ich hasse alle, die das gemacht haben Ähm Aus dem Vorgänger wissen wir, hier wohnt eine Hexe, glaub ich, ne? Ähm, ich würde sagen Das ist eine echt moderne Hexe Die hat ihr Solarpanel, damit ihren Tesla damit laden kann Glaub ich Bin unsicher Warte mal, da hinten geht's auch nicht weiter, ne? Bevor ich reingehe, erstmal alles erkunden Lass mich raten, von hier kommen wir wahrscheinlich Okay Geil, so eine Tesla-Hexe Eine klimaneutrale Hexe Ich dachte, die reitet aufm Besen Ah ja, Tesla-Besen, ach so Ist das ein E-Besen? Okay Na, der fliegt mit Salat Okay, warte Da ist noch was drin Da ist das Feuerzeug Kurz mal testen Okay, kann ich das benutzen? Haben wir gemacht, glaub ich Okay Mist, jetzt muss ich wieder pinkeln Ich hab offenbar einen sehr, sehr langen Arm übrigens Ich hab einen sehr langen Arm Oh, wie detailliert das einfach ist, ne? Junge! Was ist denn das? Tote Mäuse? Ich hab, das sind tote nackte Mäuse Oh, das ist laut! Tote nackte Mäuse So, warte Alter Alter So, ich muss einen Raum finden, wo ich Sachen hin tu Kann ich mal Licht machen? Ich mein, die hat doch, die hat doch Paneele draußen Die wird doch Strom haben Okay So, ich kann es nicht tun Ich hab einen Raum Brrrrrrm... Brrrrrrrm... Brrrrrm... Brrrrm... Brrrrrrrrm... Brrrrrm... Brrrm... 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 Brrrm-brm-brm... Ab nach Hause, Leute, ab nach Hause! Landurlaub vorbei! Das Lied war aber echt schön, ne? Boah, das Lied ist echt schön Ich find's gut, dass wir sie mit der Taschenlampe anleuchten können, obwohl sie gar nicht da ist Oh, das ist eine Katze, guck mal, das ist eine Katze Ich glaube, das war sie, als sie noch glücklich war, ne? Das war ich gerade, ich hab die Kerze ausgemacht Ähm, natürlich Pfeife hat Erik wieder direkt dran gedacht Kann ich hier bitte mal aufmachen? Aber ich kann das doch, kann ich das nicht öffnen? Kann ich das nicht öffnen? Kein Strom Ähm, aber sag mal Oh, mit E kann man ranzoomen, hätt ich das gerade mal gewusst Ich hör den Gesang immer noch Ganz, ich hab den Gesang immer noch ganz leise gehört Nein Nein, lass mich rein RTX ist an, aber meine Seele ist leider sehr schwarz Einbildung Oder vielleicht einfach so ganz leise im Hintergrund extra gemacht Weiß ich nicht Ich irre mich Nie Aber, ach jetzt, jetzt, jetzt geht es Okay, oh endlich Frischluft Ja, da geh ich aber erstmal Kann ich erstmal stiften gehen So Also, ganz ehrlich, bisschen Staub wischen und so Das Haus ist noch gut bewohnbar, ne? Ich mein, es ist trocken, es ist schön Dach überm Kopf Keys don't fit Big deadlock Und der sagt auch nicht, ich muss andere Schlüssel finden Der sagt einfach, ich will da reinbrechen Uah Uah Was? Da rollen sie aber die Tapeten, ne? Was war hier? Ich habe im Hintergrund noch ne ASMR-Channel offen Emilys Tagebuch, aber wer ist Emily? Uuuuh, die Geister Uuuuh, die Geister Uuuuh, okay Die Fotos würde ich gerne sehen Oh, ich höre Schritte Oh, ich höre Schritte Gut Tapetenmäßig, ehrlich Das war der dicke Nachbar von oben Äh, tapetenmäßig würde ich Was denn jetzt schon wieder? Ich will mal einen Satz zu Ende bringen, bitte Tapetenmäßig Auch nicht schlimmer Als vorhin in dem DDR-Game Ich sehe nichts, ich kann das aber nehmen, ne? Man muss sehr genau anklicken auf... Oh Gott, ich muss diese dünne Nudel anklicken Da ist gerade ein Bild umgefallen, oh Ein alter Schlüssel, warum war er versteckt? Warte mal, da ist ja noch was Ja, bitte Das ist ein ganz normaler Diebstahl, der hier stattfindet, ja? Ähm ... Ähm ... Wenn ich nicht streame, dann hält die Pan mich so. Ja, das ist meine natürliche Bodenhaltung, die ich hier mal einnehmen muss. Da gibt es mal ein Schüsselchen Wasser und so, das ist, äh, ja. Ich hoffe nicht, dass es Emily ist. A Dagger for the Ritual. Das ist aber, äh, eine schöne Sichel eher, ne? Das ist noch ein Zettel, warum liest du hier einen Zettel nicht? Da ist ein Zettel drin. Lies doch den Zettel dazu. Wait, what's just gone wrong? Das hast du schon gespielt? Nein, habe ich noch nicht gespielt. Ich habe null Stunden Spielzeit bei der Demo. Nur mal so nebenbei. Ganz kurz zur Erklärung, ich habe dich da schon aber gerade nicht ausgemacht. Die ist von alleine ausgegangen. You need to find the second part of the lockpick? Was? Und, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ah, kurz, kurz ausatmen. Ah, schön. Hier ist halt viel besser. Als ob das jetzt geht. Ach so. Ähm, ach ne. Das ist kein Lockpick. Wo ist denn? Switch. Ach so, die kann man nicht kombinieren. Die muss ich so benutzen. Ich dachte gerade, da steht immer mit dem gelben Kleid. Ja, da gehe ich rein. Hm? Da gehe ich rein. Geschlossener Raum. Die Tür versperrt. Und dann gehe ich rein. Dann schlägt die Tür nämlich zu. Und dann bin ich am Arsch. Aber, weißt du was? Man muss ja. Man muss ja. Man ist ja immer der Dulli. Dieser Raum ist perfekt. Ich muss die Kartons mit irgendwelchen Sachen verschieben, die ich auf der Straße finde. Was? Ich muss die... Ähm. Oh, dieser Raum wird schon... Dieser Raum ist perfekt. Ja, ich... Oh, ich muss noch schnell die Kartons verschieben. Dann, dann... Ganz komischer Typ, den wir hier spielen. Ganz komischer Typ. Nur mal so, ne? Wollte ich nur mal sagen. Schon ein bisschen schäbig. Oh. Wer klemmt denn da noch? Personal History. A Doctor of the City Psychological Hospital was dismissed for illegal actions against... Oh, ein Doktor des lokalen Krankenhauses. Äh, der lokalen Nervenklinik quasi, ne? Um das mal so auszudrücken. Äh, wurde gekündigt wegen illegalen Aktionen gegen seine Patienten. Und das hängt zufälligerweise an diesem schönen Nachbarhaus. So, wir brauchen irgendwas. Also, wenn ihr wollt, dann könnt ihr kaufen bei Ebay, ne? Ich hab das da reingestellt. Wir brauchen irgendwas, äh... Um Kartons zu bewegen. Hier ist doch dieser Werkzeugkoffer. Der fällt mir die ganze Zeit ins Auge. Aber der ist aber nichts. Hier ist ein Karton. Den kann ich aber nicht bewegen. Man braucht Werkzeug, um Kartons zu bewegen. Ich hab zwei Werkzeuge, um den Karton zu bewegen. Ich nenne sie Hände. Linke Hand, linke Seite. Rechte Hand, rechte Seite. Hochheben. Zack, Kartons bewegt. Wir wissen nicht, ob was drin ist, überhaupt. Die ist wahrscheinlich leer. Und er stellt sich an. Ja, irgendwie Sackkarre oder irgendwas. Keine Ahnung. Ich schau nochmal schnell ins Diary. Die brauchen, um die Boxen mit Dingen, die auf der Straße in diesem Raum sind. Die auf der Straße in diesem Raum sind? Vielleicht auf dem Boden? Im Zimmer sitzen ist der neue Street-Style. Hallo. Ähm... In this room, ne? Ich hätte gesagt, in this room. Das wäre dieser hier. Need to move the boxes. Eine andere Tür gibt's da nicht. Demo. Feuerzeug. So, warte. Schade. Brecheisen. Gegen Kartons? Ach, ich kann die nicht benutzen. Ich kann nur mit rechter Maustaste Sachen benutzen. Das geht hier aber nicht. Need to move the boxes with things that are on the street in this room. With things that are on the street. So rum wahrscheinlich, ne? Ich suche nochmal draußen. Alles andere macht keinen Sinn. Ergibt keinen Sinn. Entschuldigung. Äh, da geht's nicht weiter. Ich freu mich, wenn wir da draußen sind. Die Photovoltaik, ganz ehrlich, nehme ich mit. Wenn da keiner wohnt, nehme ich die Photovoltaik mit. Für zu Hause. Die sind teuer. Das ist nichts. Das ist sehr merkwürdig. Das ist gerade eine sehr merkwürdige Aufgabe. Things that are on the street. Auf der Straße. Nee. Das hier ist aber auch keine Straße. Das hier sind nicht unten. Boxes with things. Kisten mit Sachen drin. Oh Gott. Jetzt erschrecke ich mich vor allem. Äh, es ist, äh, ja. Es ist, äh, es ist, äh, es ist... Okay. Aber, hä? Ich kann nur einen Karton machen? Nee. Aber, okay, rechte Maustaste jetzt. Na gut. Die Übersetzung war vielleicht einfach komisch. Ich glaube, wir richten uns so ein wie bei Summer 58, ne? Wir machen uns da so einen schönen Raum und schlafen jetzt. In diesem sehr wohligen Anwesen. Weil wir reden ja, wir kommunizieren ja mit Geistern und so. In the home and hang the keys. He'll be here soon. Was? Oh. War hier noch eine Tür? Nee, ne? And hang the keys. Hier haben wir schon zugemacht. Wo hänge ich denn die keys? Hier. Hier. Ich gehe zurück in meinen Raum. Ähm. Ja, einen Fick werde ich tun. Einen gepflegten Fick werde ich tun. Ich gehe nicht in diesen Raum. Ihr könnt mich mal. Ich gehe vielleicht in den Raum da drüben. Ich lege mich zum Skelett. Das jetzt weg ist. Das sieht sehr gemütlich aus hier. Ich schließe mich doch nämlich mit dem Bedien. Ja. Oh, warte mal. Das sind ja... Erstens haben die ja wieder ihre Köpfe. Und die haben ja... Was? Ich habe nichts gemacht. Einige Tage sp... Was? Was? Ich will wieder raus. Ich... Was? Ich... Einige Tage später? Wieso ist zu? Was? Was... Was ist denn das? Wie konnte ich nochmal ranzoomen? Scheiße. Ist das eine Hexen... Das ist eine Hexenverbrennung, ne? Da hast du gute alte Hexenverbrennung. Ja... Uncool. Oh. Ich habe Bill Gates gehört. I like to eat little children. Bäh. Nicht? Was denn? Nein. Ich kann nicht. Hallo? Oh Gott. Was denn? Ich mache das Feuerzeug an. Wer... Wer lacht denn? Wer ist denn da? Höhöh. Aber... Das ist... Hä? Sie waren aber vor drei Tagen noch schöner. Wo ist denn die Katze? Hallo? Oma Liebe. Ja. Ganz viele Oma Liebe. Oh. Ich habe Angst, was zu verpassen, wenn ich mich umdrehe hier und mir die Bilder angucke. Das sind ja auch schöne Bilder. Ähm. Ich gehe auf mein Zimmer, ja? Ich... Mein Zimmer... Ich habe jetzt sieben Puppen da drin. Und wir verstehen uns alle gut. میö! Mein Zimmer! Wir verstehen uns gut! Boah, das ist unangenehm alles hier. Was denn jetzt schon wieder? Ich habe gerade echt andere Probleme. Ich will Musik hören. Ähm Das ist aber ärgerlich Das ist ja wie ein Modkeller Ach ja, ja das, ja original wie ein Modkeller Aber original Ey Flynn From day to day Oh man, ich will, dass das Spiel rauskommt Ich will, dass das Spiel rauskommt Thank you for playing Oh man, die Vollversion soll kommen Bitte lieber Entwickler-San Alexandra Reschetnikov Published by Emika Games Emika Games, please come back Ich will die Vollversion Ach man Ich hab's auf der Steam Vision List Ich hoffe Also ich bin Ich höre nicht auf zu hoffen Ja, das war die From day to day Übersichtlich Oh ich will die Vollversion Oh manu Ist so schade Ich hoffe, die kommt nochmal raus Ich guck mal kurz in die Credits Oder ist das was wir gerade gesehen haben Ja, okay, cool Ja, das war FDTD Ja, und nicht vergessen Spielt die anderen Horrorspiele Von Emika Games Nicht vergessen Hm, ach, das war so schön Oh manu Ja, das war so schön Vielen Dank.